Schauen wir uns einfach nochmal die aktuellen Rebalancings für das Alchemy-Format an. Vielleicht habt ihr das Update ja schon bei Irina gesehen. Ich wollte mir aber nochmal ganz genau die Veränderung anschauen und so ein, zwei Sätze dazu sagen. Mal gucken, was Wizards hier so zu berichten hat. Ja, seitdem die Zombies mehr Build-Around-Karten haben. Ja, es werden sehr viele Zombies gepatcht. Beziehungsweise gebufft. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Der Lancer. Dich habe ich noch nie gesehen. Vielleicht mal im Draft. Ein Mana, 3,3. Additional Casting-Kost. Exile eine Kreatur aus dem Friedhof und dann für zwei Mana statt für vier Mana. Exile ihn aus dem Friedhof, ziehe eine Karte. Nett. Ich meine mal direkt vorweg gesagt, Zombies sind schon ziemlich gut. Halt nicht Top-Tier. Besonders nicht Alchemy oder Historic. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier so viele neue Karten brauchen. Erinnert mich direkt ein bisschen an die Dungeon-Geschichte aus dem letzten Update. Da war ich ja auch ein bisschen überrascht. So, na, Dungeon-Karten sieht man nicht so oft im Bereich Competitive Magic. Ich bin mir nicht sicher. Da habe ich eher das Gefühl, das sieht aus wie ein kleiner Zombie-Delver. Monoblau Tempo will so eine Karte eventuell haben. Vielleicht so zweimal im Deck. Da hat man nett einen 1-Mana, 3,3er Bieter. Aber man hat halt Delver und den verschneiten Spirit. Und Flugfähigkeit ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Hier, nett angepasst. Aber, ja, Lancer, na, geht direkt gut los. Oh, ich sehe auch gerade. Das wird interessant, Leute. Aber der Lancer. Ich bin mir nicht so sicher. Oh, hier. Das ist, glaube ich, ganz nett angepasst. Die Karte. Jetzt kommt's. Spiele ich ganz gerne im Historic Brawl. So viel zum Thema Alchemy Competitive. 4-Mana, 3,3 statt 2,2. Und die Mana-Kosten der Triggered Ability. Das war ja ein Generic Mana früher. Triggert jetzt automatisch. Macht die Karte auf jeden Fall deutlich besser. Aber Alchemy und auch Historic. Eine 4-Mana-Lord-Karte. Also, wenn ich mir das hier angucke. Vampire haben viel bessere Karten. Und Zombies auch. Also, ich denke auch hier, ähnlich wie bei den Dungeon-Karten. Ja, netter Buff, die Karte. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht ganz so offen. Dann, das überrascht mich wirklich. Die Abo. Ich liebe die Karte im Limited. Hat jetzt Flash. Die Erklärung ist bestimmt recht interessant. Wegen dem Overcharged Amalgam. Das ist ja der Counter-Exploit-Zombie. Das ist schon recht interessant. Ob das Ganze am Ende halt ein Zombie-Thema-Deck wird, bin ich mir nicht sicher. So in Richtung Flash. Da gibt es halt echt ein paar nette Karten. Blau, schwarz, Flash. Damals wie das Simic-Flash-Deck mit Grün. Da würde ich sagen, das hat ein bisschen Potenzial. Flasht mich jetzt aber auch noch nicht so sehr. Hier der Zombie. Den habe ich gerne wirklich gedraftet. Und das ist halt krass. Die Karten können halt wirklich erst gepatcht werden, nachdem damit gedraftet wurde. Ansonsten würde man, glaube ich, zu viel am Draft-Umfeld rumfuschen. Und dann hier zwei Mana, zwei, zwei Todesberührung. Wenn er stirbt, gibt es ein Decay-Zombie. Das wäre eine feine Limited-Karte. Aber gerade der Zwei-Mana-Bereich. Also Zombies haben so gute Karten. Ich sehe die Karten halt irgendwie alle nicht im Zombie-Deck. Außer Narfi. Den haben wir schon im Zombie-Deck gespielt. Ich glaube, das ist wirklich ganz cool für alle Zombie-Fans. Der ist ein Mana billiger geworden. Und Narfi, wenn man den im Friedhof hat, das schwarz-blaue Zombie-Mill-Deck. Also ich sehe Zombies ganz klein, nicht ganz oben im Top-Bereich, in keinem Format. Aber das ist nett. Narfi ist eine geile Karte. Das ist wirklich nett. Die Sache ist, der wurde halt öfters aus dem Friedhof wiedergeholt, als so ausgespielt. Also wahrscheinlich diese Veränderungen werden wir gar nicht so sehr mitbekommen. Wahrscheinlich im Spiel. Aber würde ich sagen, das ist auf jeden Fall mal brauchbar. Das ist definitiv brauchbar. Hier der Ghoul fand ich auch interessant. Quasi ein Art-Hog, könnte man sagen. Art-Hog für Kreaturen. Klassische Sacrifice-Outlet. Zwei Mana 2-2 war vorher 2-1. Das macht es auf jeden Fall auch besser. Aber auch hier wieder. Zwei Mana-Bereich-Zombies. Das sind so gute Karten dabei. Und im Drei-Mana-Bereich will man halt auch nur Lords irgendwie spielen. Also das könnte eine interessante Flash-Karte sein. Interessant. Wie man vielleicht schon raushören kann, das Update flasht mich nicht wirklich. Also hier werden halt wirklich viele Karten angepasst. Vielleicht. Nee. Nee. Nicht vielleicht. Nee. Ich glaube, ich bin da einfach kein Fan von. Removed Non-Token Restriction. Oh, der ist aber ein ganzes Stück besser geworden. Weil man jetzt tatsächlich Zombie-Token exploiten kann. Also ein Decade-Zombie wird zu einem regulären Nicht-Decade-Zombie-Token. Oh, das macht den Scarp auf jeden Fall deutlich besser. Oh, kann man vielleicht mal mit rum experimentieren. Aber ich glaube wirklich ähnlich wie bei dem Dungeon-Deck. Das ist jetzt nicht hier so die Karte, wo jetzt alle Leute sagen, so jetzt aber Zombies. Da habe ich nur drauf gewartet. Weiß ich nicht. Könnt ihr gerne mal Feedback zu da lassen. Aber, hm. Bin noch nicht überzeugt. Assistant kostet jetzt zwei Mana statt drei Mana. Zum Beispiel die Karte kenne ich gar nicht. Scry 2 statt Scry 1. Und ist aber 2-1 statt 3-2. Also der ist irgendwie besser und schlechter gleichzeitig geworden. Da muss man erstmal den Überblick behalten. Wenn er eine Kreatur exploitet, Scry 2 ziehe eine Karte. Okay, er ist besser geworden. Weil weniger Mana kosten ist immer wichtig. Gerade das Alchemy-Format ist so schnell. Und ja, hier drei Mana. Hier steht gerade der Skorpion. Das ist ja der Exploit-Skorpion. Aber drei Mana-Bereich sind die ganzen Lords von den Zombies. Und da will man immer Lord-Effekte, glaube ich, spielen. Und dann halt den Skorpion. Also auch der drei Mana-Bereich ist halt komplett voll. Und jetzt wird es richtig interessant. Allrund wird gebufft. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Also im Alchemy-Format gibt es wirklich viele Karten, glaube ich, an denen man rumschrauben kann. Eben die Karten der Top-Dicks. Aber es wird gar nicht so viel nach unten gebalanced. Wahrscheinlich gefällt das der Community auch nicht so sehr. Und stattdessen werden jedes Mal 15-20 Karten besser gemacht, um die anderen Karten auf ein ähnliches Power-Level zu bekommen. Ja, Allrund revealed jetzt die obersten drei statt zwei. Und Haka ist drei, drei. Irrelevant. Ich würde sagen irrelevant. Gerade Control-Decks haben was anderes zu tun mit ihrem Mana. Da würde man ja immer Teferi spielen. Also egal, was, glaube ich, bei blauen Karten passiert, da sind zu krasse Sachen mit dabei. Also ich glaube auch nicht. Es tut mir leid. Vorteil fand ich toll. Und Cosmos-Charger fand ich auch toll. Als die Karte damals rausgekommen ist, habe ich mir schon gedacht, boah, vier Mana ist leider zu teuer. Die Karte, also zu Standardzeiten, als Kaltheim rauskam, war das einfach nicht gut genug. Und jetzt aber im Alchemy, das Power-Level ist so hoch, fühle ich auch nicht. Also egal, was hier gemacht wird. Vielleicht in einem Flash-Deck. Also vielleicht. Ich glaube, obwohl hier Zombies und alles gepatcht werden, Flash hat die meisten Upgrades bekommen. Simic Flash oder mit Schwarz eben Flash. Da kann man vielleicht mal rumtesten. Die Decks wollen wahrscheinlich nicht so viel vortellen. Also es ist nicht die geilste Flash-Karte für das Deck wahrscheinlich. Also, naja. Na ja. Oh, meine Lieblingsfarbkombination, Gittrock. Oh, was habt ihr denn da gemacht? Die Gegner können keine Token-Kreaturen mehr opfern. Das ist jetzt hier Non-Token geworden, weil eben die Token-generierenden Meta-Karten wie Wedding-Announcement und Ranger-Klasse zu gut dagegen sind. Ja, aber 4 Mana, 6-6 Menace. Ich glaube nicht. Ich mag Gittrock sehr gerne, aber ich glaube jetzt wieder so aus Competitive-Sicht gesprochen, irgendwie nicht. Den T-Balt habe ich noch nie im Spiel gesehen. Noch nie. Ja, okay. Die Fähigkeit macht jetzt 4 Schaden statt 3 Schaden. Tick hoch. 4 Schaden auf eine Kreatur der Planeswalker. Außer der Besitzer lässt sich 4 Schaden selber zufügen. Ich glaube, das ist es auch nicht. Tatsächlich nicht. Ein 5-Mana-Roter Planeswalker, der hier Mana macht. Und immer, wenn man nicht das Hyper-Burn-Deck spielt... Ja, der Controller darf sich das aussuchen. Ich mach dein Teferi kaputt. Neh, nehm ich 4 Schadenspunkte. Ich weiß es nicht. Also fühle ich leider auch nicht. Großer T-Balt-Fan. Aber nee, leider nein. Der Engler. Statt Inseln sind es jetzt Inseln und Sümpfe. Ja. Das Spellbook habe ich noch so grob im Kopf. Das Spellbook müsste ja... Nur so Fische und Kraken und Oktopus-Leviathan-Kreaturen sind das. Ich fand, das war eine geile Flavor-Karte. Aber auch hier... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist ein bisschen wie das Dungeon-Update wirklich. Diesmal haben sie aber wenigstens noch ein paar verschiedene Karten genommen. Aber ich glaube, sie sind nicht gut genug. Das Power-Level ist zu hoch. Das komplette Update macht einfach gefühlt nichts. Würde ich mal sagen. Mal sehen. Reflection-Mana-Kosten angepasst. Die Länder sind einfach zu gut. Man kann einfach super gut das Mana produzieren. Ich glaube jetzt nicht, dass die Karte hier mit leicht abgeänderten Mana-Kosten irgendwas reißt. Also, nee. Auch klares Nein von mir. Vega. Die Karte mag ich ganz gerne. Ich glaube aber nicht, dass einfach Vorteil irgendwie irgendwo mithalten kann. Ward 2 ist wirklich sehr gut für die Karte. Würde ich aber sagen. So Pseudo-Hex-Proof. Es ist schon ziemlich gut. Aber ich glaube nicht, dass man irgendwie Zug 3 ein 2-2er Flyer legen will. Ist auch sehr gefährlich. Und gerade Teferi, Blau-Weiß oder Hinata, Magma, Opus. Die Karten eskalieren einfach so krass schon in den Formaten. Das Power-Level ist ja einfach super hoch bei Irina aktuell. Also wirklich super, super hoch. Und deswegen, also, hätte ich die Updates vor längerer Zeit gesehen, fände ich es wahrscheinlich deutlich besser. Und, ah, interessant. Das ist interessant. Der Town-Raiser-Tyrant. Dass sie da nochmal was dran gemacht haben. Die Fähigkeit macht jetzt Schaden im End-Step und nicht mehr im Upkeep. Das ist schon mal ganz gut. Der war wirklich immer noch sehr stark. Also ich glaube, die Entwicklung vom Town-Raiser-Tyrant, das gefällt mir. Das gefällt mir. Der ist noch ein bisschen schwächer. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut. Das ist ja wirklich die einzige relevante Karte, die wir vorher kannten aus dem Format, die hier angepasst wurde. Der Rest irgendwie nicht. Und das finde ich wirklich das Allerinteressanteste. Ich bin ja wirklich kein großer Fan davon, dass die Rebalanced-Karten quasi vom Alchemy ins Historic reinsickern. Das wurde in einem anderen Artikel, die kann ich euch vielleicht nochmal raussuchen, irgendwie mal angesprochen. Aber es werden trotzdem weiter Karten gerebalanced. Exklusiv für das Historic-Format. Das war ja jetzt beim letzten Mal der 3-Mana-Teferi, der überarbeitet wurde. Und jetzt ist es Fires of Invention, die überarbeitet wird. Huh, schwer zu sagen. Ich meine, das Historic-Format hat halt ein krasses Power-Level. Es ist noch heftiger als Alchemy. Aber Fires of Invention, falls ihr die Karte damals mitgekriegt habt, die hat auch ordentlich Potenzial. Also, hier bin ich mir wirklich nicht sicher. Da bin ich mal gespannt. Ich meine, wenn alle anderen Karten krasser geworden sind, wird das Fires of Invention-Deck vielleicht auch krasser. Das ist wirklich für mich schwer einzuschätzen. Ich glaube nämlich, es ist nicht so schlimm, dass die Karten Mana mehr kostet. In einem Jazz-Kai-Deck irgendwie mit viel Interaktion und dann einfach übelst krassen Finishern. Ja, wie gesagt, vielleicht sind die anderen Karten einfach viel krasser. Aber das kann ich mir vorstellen. Man kann einfach Zug 1 bis 4 recht regulär spielen. Und ob die Fires jetzt Zug 4 oder Zug 5 kommen, ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also, nicht der krasseste Unterschied. Hier würde ich wirklich sagen, die hat Potenzial. Aber ich glaube, ich bin immer noch nicht so ganz Fan davon, dass die Karten einfach überarbeitet werden und dann wieder geanwendet werden. Es ist ein bisschen chaotisch. Ist wieder ein bisschen viel für mich. Und es sind einfach nicht die richtigen Karten. Ich sag mal, nett, aber relativ sinnfrei. Was soll ich sagen? Hier, Townraiser Tyrant finde ich gut und Fires bin ich wirklich neugierig, was damit gemacht wird. Boah, Leute, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also, aber gerne Feedback raushauen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt.